SSDs sind moderne Festplatten. Sie basieren nicht mehr auf sich bewegenden Bauteilen, sondern auf sogenannten Flechbausteinen. Das heißt, so ein SSD ist viel mehr mit einem großen USB-Stick vergleichbar als mit einer herkömmlichen Festplatte. Deswegen sind sie einfacher zu kühlen, verbrauchen weniger Energie und sind nahezu lautlos. Ich könnte euch auch sagen, SSDs können schneller lesen, schneller schreiben, sie können schneller auf Daten zugreifen, aber was bringt mir das im Alltag? Wir wollen das Ganze einmal kurz veranschaulichen und haben unseren Test-PC einmal mit einer gewöhnlichen Festplatte ausgestattet und einmal mit einer modernen SSD von SanDisk. Rechts im Bild seht ihr den Test-PC mit der SSD, wie er innerhalb von 28 Sekunden hochfährt und nach etwa weiteren 27 Sekunden auch das letzte Programm, das zu unseren Testgehörte, geöffnet hat. Wir haben das Ganze hier einmal in zweifacher Geschwindigkeit abgespielt, damit es nicht ganz so lange dauert. Die gewöhnliche Festplatte wird über drei Minuten brauchen, bis auch das letzte Programm geöffnet wurde. SSDs ermöglichen eine neue Dimension des Arbeitens. Egal ob altes Notebook oder neuer High-End-Rechner, Programme starten schneller, Windows startet schneller, das gesamte Arbeiten ist einfach flüssiger. Für mich, die Investition lohnt sich und das jeden Tag. SSDs sind moderne... SSDs sind moderne Festplatten... Sie basieren nicht mehr auf sich bewegenden Bauteilen, sondern auf sogenannten Flash-Speicher. Das heißt... Warte, verdammt... Jetzt habe ich nur den Text. Sie sind eigentlich viel mehr mit einem großen USB-Stick vergleichbar als mit herkömmlichen. Habe ich jetzt zweimal herkömmlichen gesagt? Habe ich. Ich habe es. Ich habe es. everyday, viele freakin sounds ex cold. Vielen Dank.